Warum viele Immobilienmakler Angst davor haben, Mitarbeiter einzustellen? Und das ist ein Thema, was grundsätzlich natürlich nicht nur auf Immobilienmakler zutrifft, sondern gerade auf Solopreneure, Einzelselbstständige, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Und überleg mal, was bist du für jemand? Bist du auch eine Person, die letztendlich glaubt, alles am besten zu können und glaubt oder vielleicht auch schon Erfahrung gemacht hat mit Mitarbeitern und am Ende des Tages das nicht funktioniert hat? Also du falsche Mitarbeiter hattest oder die haben ihren Job nicht gut gemacht? Oder bist du vielleicht sogar in einer Phase gewesen, wo du schon mehrere Mitarbeiter hattest und irgendwann einfach gemerkt hast, oh, die machen alle nicht, was sie sollen und dein ganzes System hat einfach von A bis Z nicht wirklich funktioniert und du hast dann gesagt, da mache ich es doch lieber alles besser selbst. Und das ist ein Thema, wo viele, viele Selbstständige genau an der Stelle auch scheitern, dass sie eben sich nicht weiterentwickeln, dass sie wirklich Angst davor haben, Mitarbeiter einzustellen. Und wo kommt das einfach her? Okay, ja, Mitarbeiter kosten Geld. Also das Thema Kosten ist ein großes Thema. Hast du Angst vor Kosten? Also stellst du keine Mitarbeiter ein, weil sie Geld kosten? Oder stellst du Mitarbeiter ein, die Halbtagsarbeiten oder Aushilfen, die dann aber noch andere Jobs haben, andere Verpflichtungen haben, sich auf dein Unternehmen überhaupt gar nicht committen und am Ende des Tages du wieder letztendlich alleine dastehst? Bist du vielleicht jemand, der versucht, an Freiberufler irgendwelche Aufgaben zu delegieren und sozusagen auf diesem Wege versucht, irgendwie ein bisschen arbeitlos zu werden? Oder bist du einer, der wirklich von morgens bis abends alles selbst machen muss? Und wenn du dir das mal anschaust, wie das im Prinzip aussieht, heißt doch, wenn wir die drei Bereiche haben, nur drei Bereiche uns anschauen, nämlich das Thema Akquise von neuen Aufträgen, wenn wir uns auf der anderen Seite hier anschauen, den Einkauf von neuen Aufträgen, also sozusagen die Alleinaufträge und wir uns den Verkauf anschauen, dann wissen wir doch, eine Sache, wenn wir uns das alleine nur mal hier ein bisschen detaillierter anschauen und sagen, hier haben wir eine Aufgabe, da haben wir eine Aufgabe, da, da, da. Also sagen wir mal, du hättest sechs verschiedene Werbeaktivitäten, um sozusagen neue Aufträge, also Kontakt zu Verkäufern zu bekommen und hast dann Gespräche, nämlich auch wieder vielleicht ein erstes Gespräch, wo du das Objekt anschaust, dann machst du eine Wertermittlung, dann hast du nochmal einen Präsentationstermin, dann machst du den Alleinauftrag, so alles all about. So, und dann geht es in den Verkauf rein, dann hast du wieder eine Arbeit, Objektaufbereitung, Fotos müssen gemacht werden, dann musst du Marketing machen, dann hast du Besichtigungen, dann hast du Abwicklungsgespräche etc. pp. Also wenn du das alleine mal anschaust, stelle ich mir mal einfach die Frage, hey, wie willst du das alleine alles bewältigen? Das heißt also, am Ende des Tages, ja, findet hier, wenn du also sozusagen Solopreneur wärst, ja, findet eine Sache automatisch statt, das heißt, du begrenzt dich am Ende des Tages, ja, also du begrenzt dich und dein Potenzial und deine Möglichkeiten, weil es gibt ja nur eine Lösung bei der ganzen Sache, wenn du es alleine regelst, nur eine einzige Lösung, nämlich die Begrenzung. Das heißt, du kannst nur ein oder zwei Objekte nacheinander verkaufen, das ist zwar vielleicht ganz schön am Ende des Tages, so dass du auch einen gewissen Umsatz machen kannst, aber jetzt kommen wir zu einer ganz entscheidenden Frage, nämlich, was ist denn, wenn du Urlaub machst? Was ist, wenn du mal krank sein solltest? Was ist, wenn du mal keine Lust hast? Und am Ende des Tages ist, wenn du in einem bestimmten Alter bist, was ist das? Du hast nicht mehr und nicht weniger, ja, und das will ich dir hier rüberbringen, du hast nicht mehr und nicht weniger als einen Job, ja, du hast nur einen Job und einen Job, den kannst du niemals verkaufen. Ein Job ist entweder attraktiv oder er ist nicht attraktiv. Aber nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, du bist schlicht und ergreifend alleine. Du hast kein aktives Einkommen, also du hast ein sehr aktives Einkommen, nämlich du hast nur dann ein Einkommen, wenn du aktiv bist, ja, aber du hast kein Einkommen, wenn du einfach mal die Beine von dir strecken willst, wenn du Lebensqualität haben willst, weil am Ende des Tages bleibt dir keine andere Wahl, als du musst deinen Laden dicht machen. Du musst deinen Laden schließen. Also Betriebsferien machen sozusagen, ja, oder vielleicht noch vom Urlaub aus arbeiten, ist aber ja auch einfach irgendwie nicht so cool, wenn du Urlaubs machst und musst dann noch arbeiten, damit du irgendwie deinen Urlaub finanziert bekommst. Also machst du Betriebsferien. Dann musst du überlegen, okay, wie baust du deine Altersvorsorge auf? Du musst Immobilien kaufen, du musst passives Einkommen generieren am Ende des Tages, ja, aber die geilste und coolste Rendite, die du bekommen kannst als Immobilienmaklerin, ist doch, wenn du in dein eigenes Unternehmen investierst, ja, weil eben du eine sehr gute Rendite eben hast, deine Unternehmensrendite, wenn du in dein eigenes Unternehmen investierst und das weiterentwickelst. Also die Angst davor, ja, die Angst davor, Mitarbeiter einzustellen, ja, die Angst vor Mitarbeitern, ja, heißt im Endeffekt für die meisten draußen es eben einfach nicht zu tun. Aus irgendwelchen Gründen. Und ich stelle dir die Frage, ist es wirklich ein Problem oder ist es eher ein Mindset-Problem bei dir? Ja, also das heißt, dass da in dem Kopf aufgrund von Erfahrungen, von Hörensagen, von Erlebnissen, vielleicht aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, letztendlich am Ende des Tages du einfach nicht weißt, wie es geht und deshalb die Finger davon lässt. Und ich habe heute noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, ja, mit einem Immobilienmakler, hey, mein Bruder, der hat eine Bäckerei mit über 50 Mitarbeitern, nur Ärger, nur Probleme, etc. pp. und deshalb macht der Bruder es nicht. Die Frage ist nur, woran liegt es? Liegt es einfach nur vielleicht am Wissen? Nicht zu wissen, wie es wirklich richtig geht und deshalb die Finger davon zu lassen? Deshalb meine Frage, stell dir mal vor, du wüsstest genau, wie es funktioniert und wie es vor allen Dingen sicher funktioniert, ja, und du am Ende des Tages keinerlei Probleme damit hättest oder sagen wir mal, wenn Probleme, wüsstest du genau, wie du sie handhaben musst, würdest du dann vielleicht anders agieren, würdest du anders handeln? Schauen wir uns das mal genau an. Denn wenn wir das Thema hier, Akquise, Einkauf und Verkauf uns anschauen, Akquise, EK und der Verkauf, wenn wir uns das anschauen und wieder wissen, dass wir hier sehr, sehr viele Arbeiten haben am Ende des Tages, ja, und nehmen wir jetzt mal des Weiteren an, du hättest, und das ist jetzt einfach mal die Hypothese, mal angenommen, mal angenommen, hier vorne dieser Engpass, nämlich der Engpass-Aquise, wäre gelöst. Und zwar so, dass du jede Woche regelmäßig neue Aufträge reinbekommst, so, dass du im nächsten Schritt automatisch regelmäßig eben neue Alleinaufträge generierst, und zwar lukrative Aufträge und damit auch regelmäßig Verkäufe hast, so, dass du am Ende des Tages hier hinten raus immer stabilen, planbaren Umsatz generierst. Wenn das also da wäre und du hättest hier ein System, ja, also das sozusagen gleich eine Maschine wäre, die permanent rund läuft, ja, also permanent läuft das Ganze hier rund. Dann, in diesem Moment wäre es, oder mal angenommen, das wäre so, wäre es nicht wirklich schlau, jetzt zu sagen, okay, wenn ich so ein cooles System habe, dann könnte ich mir doch hier jetzt einen Mitarbeiter einstellen, an der Stelle, ja, stellen wir einen Mitarbeiter ein, der jetzt das hier, diese Aufgaben hier, jeden Tag umsetzt für mich. Also, was tue ich am Ende des Tages? Ich kaufe Zeit. Ich kaufe Zeit durch einen Mitarbeiter, und ich sage jetzt mal hier, einfach plus acht Stunden. Deine plus die eines Mitarbeiters, das sind 16 Stunden. Und nehmen wir mal an, du holst hier im Einkauf regelmäßig neue Objekte rein, sodass du hier eben nicht ein oder zwei Objekte, sondern zum Beispiel fünf, sechs, sieben, acht Objekte im Verkauf hast, und du hast hier wieder kaufe Zeit, kaufe Zeit mit einem Mitarbeiter, also wieder acht Stunden, ja, oder meinetwegen nochmal plus acht und nochmal plus acht, ja, also am Ende des Tages, was ich dir einfach damit sagen will, ist, wenn du die Engpässe hier löst, also die Engpässe verschieben sich immer von eins zum anderen, aber wenn du den Engpass löst durch ein cooles System, was wie eine Maschine funktioniert, dann hast du am Ende des Tages den Vorteil, dass du stabil und planbar hier Mitarbeiter draufsetzen kannst und du dir damit Freiheit kaufst, denn das Schöne bei der ganzen Nummer ist, stell dir einfach mal vor, deine Maschine, und das ist ja der Sinn einer Maschine, dass sie von alleine läuft, dass sie von alleine läuft, weil du es einfach geschafft hast, dir dieses Fließband aufzubauen, was kontinuierlich einfach rund läuft, in einer vor allen Dingen gleichbleibend hohen Qualität und glaube mir eins, also falls du jetzt diesen Gedanken haben solltest, ja, das kann aber gar keiner so gut wie ich, tu mir bitte einen Gefallen, hör auf damit, wenn du ein cooles System hast, ja, und das wird wirklich richtig professionell aufgebaut und das wird immer in einer gleichbleibenden Qualität mit klaren Richtlinien, mit klaren Strukturen, mit klaren Prozessen, ja, du wirst alleine als Einzelkämpfer nie so stark sein können wie ein System, was sauber rund läuft und wirklich fein justiert ist. Das kann kein Einzelner schaffen. Das kannst du vielleicht schaffen mit ein, zwei, drei Objektchen, ja, aber eben nicht in der Steigerung. So, und jetzt überlege dir mal, was daraus passiert am Ende, nämlich, du kannst dich vervielfältigen, du kannst dich multiplizieren und du wirst auf Dauer betrachtet unabhängig von deinem System, weil du kannst dann irgendwann hier, nicht nur irgendwann, sondern relativ schnell, wenn du Gas gibst, kannst du als Unternehmer hier am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Und das funktioniert im Übrigen nicht nur mit ein, zwei oder drei Mitarbeiter, das funktioniert auch mit acht, mit neun oder mit zehn Mitarbeitern oder gar noch mehr. Der erste Punkt, wenn man mal über das Thema Mitarbeiter spricht, ja, ist, du kaufst Zeit. Ja, also du kaufst dir die Zeit von Mitarbeitern. Stell dir mal vor, in deinem Unternehmen wäre es so, dass du zum Beispiel zehn Mitarbeiter hättest, die acht Stunden am Tag arbeiten, sind 80 Stunden plus deine Zeit noch, ja, sind 80 Stunden am Tag, die in einem Unternehmen gearbeitet werden. Und jetzt stell dir vor, jeder weiß an seiner Position ganz genau, was er zu tun hat. Und da du die richtigen Mitarbeiter direkt von vornherein einstellst, ja, wo sich wieder die Frage stellen würde, was ist eigentlich wichtiger, ja, ist wichtiger, Mitarbeiter zu führen, also Führung oder andersrum, ja, Führung ja, versus Einstellung. Also nicht die Einstellung eines einzelnen Mitarbeiters, sondern der Einstellungsprozess, also den richtigen Mitarbeiter zu finden oder die richtige Mitarbeiterin zu finden, was ist wohl am Ende des Tages wichtiger, ja. Und ich sage dir hier als kleinen Hinweis, die Einstellung des Mitarbeiters, also nicht seine Einstellung, sein Mindset, sondern der Einstellungsprozess der Mitarbeiter ist das alles Entscheidende. Wenn du Mitarbeiter hervor, wenn du gute Mitarbeiter findest, wenn du gute Mitarbeiter einstellst, dann ist das einfach ein Segen, ja, und glaube mir, ich habe viele, viele, viele Gespräche geführt, ja, ich habe über 150 Mitarbeiter geführt und weiß wirklich, wovon ich spreche, auch den Unterschied zwischen einem guten Mitarbeiter, A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter, ja, was da passiert und so weiter. Deshalb kann ich dir mit gutem Gewissen sagen, dass die, der richtige Einstellungsprozess alles entscheidend ist, dafür entsprechend coole Mitarbeiter zu bekommen. Aber darüber wollen wir gar nicht im Detail reden, sondern ich will dir eine Sache sagen, wenn du für dich schon verstanden hast, dass das Thema Mitarbeiter, also Wachstum, unternehmerische Freiheit, dass du dir ein Fließband aufbauen möchtest, dass du ein cooles System aufbauen willst, dann bist du bei mir genau richtig, weil dann sollten wir beide uns definitiv dringend unterhalten. Nämlich, wir beide finden heraus, wo stehst du gerade bei dem Aufbau deines Systems, wie viele Mitarbeiter hast du und ist auch völlig unabhängig, ob du gerade erst startest mit einem Mitarbeiter oder ob du vielleicht schon fünf, sechs Mitarbeiter hast, vollkommen unabhängig dabei, bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Erstgespräch und wir beide reden über deine Entwicklung vom Makler oder von der Maklerin zum Unternehmer. Ja, und geh mal davon aus, ich habe da ein paar ziemlich coole Hacks im Köcher und die werden dich definitiv interessieren. Deshalb lass uns einfach miteinander reden und ich freue mich auf dich. Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Christian Steffen vom Eifel-Mosel-Makler hier im schönen Peaceboard. Wir haben geschmeidige 6 Uhr und ich will mal meinem lieben Heinz danken und zwar, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Immobilien- und Finanzbranche und habe inzwischen acht Mitarbeiter und wir drehen hier schon ein schönes Rädchen, macht täglich viel Spaß und wir haben echt viel erreicht. Ich habe mit der Zeit festgestellt, besonders mit dem Mitarbeiterwachstum, dass wir an bestimmte Grenzen stoßen in der Organisation, in der Absprache, der Kommunikation, in so vielen Sachen und sehe einfach, das Potenzial läuft ganz gut. gut, also grundsätzlich kein böses Problem, aber ich habe überall das Potenzial gesehen, mich immer wieder über dieselben Sachen geärgert, mir sind dieselben Sachen aufgefallen und einfach diese Effizienz ist im Unternehmensaufbau verloren gegangen. Besonders jetzt bei einer Mitarbeiterin, genau, das war der Knackpunkt, in der Einarbeitung feststellen, wie viele Prozesse uns, wie viele feste Strukturen, und ganz genaue Abläufe einfach fehlen und da habe ich gesagt, hier muss was passieren. Und ja, auf der Suche im Internet, was man denn alles tun kann, Literatur, was man alles so macht, ist mir einfach der Heinz aufgefallen, übrigens kleine Anekdote, vor drei Jahren auch schon, aber kann ich selber, will ich kein Geld ausgeben. Jetzt war es aber soweit, direkt Kontakt mit dem Heinz aufgenommen, war wirklich so ein Schmerzpunkt erreicht, hier muss jetzt was passieren. Ja, was ich halt hier von Anfang an erlebt habe, hier wird man an die Hand genommen, auch ins Tun gebracht, das ist ja der große Unterschied zu vielen anderen Coachings, und Sachen, wenn man sich nur ein Buch holt, setzt man es auch um, große Knackpunktfrage, und Heinz hat mich direkt an die Hand geholt, eine Roadmap geliefert, was hier alles passieren wird, im Austausch ist man mit anderen Maklern, ganz tolle Sache, Live-Calls, die kommen, Heinz, kurz angeschrieben, über WhatsApp, was auch immer, er ist sofort am Start, und hat, ich habe mir am Anfang ein paar Testfragen gestellt, bevor ich gebucht habe, wow, hammerhafte Fragen gestellt, also er redet nicht nur da drüber, sondern er weiß auch, wie es geht, und hat es auch selber gemacht. Deswegen, ganz klare Aufforderung an euch, liebe Kollegen, liebe Immobilienmakler, wenn ihr also merkt, dass euch Strukturen fehlen, wenn ihr immer wieder dieselben Probleme auf dem Tisch habt, wenn ihr in Sachen Farming vorankommen wollt, die Akquise schleppt, Einkauf dran gefeilt werden könnt, der Verkauf, wo ihr merkt, da geht mehr, ab zum Heinz, denn, hier sind die Lösungen, ihr bekommt Checklisten, die Hilfe, auch ins Tun zu kommen, einfach toll. Heinz, vielen Dank, und ich muss sagen, super Sache, wäre ich mir besser vor drei Jahren drauf gekommen. Alles gut, bis dahin, viel Erfolg.